Es ist Karfreitag und es herrscht Tanzverbot. Der ein oder andere denkt jetzt wahrscheinlich an diesen leicht übergewichtigen YouTuber. Aber um den geht es nicht, sondern es geht um das Tanzverbot am Karfreitag. Also das Verbot eben zu tanzen. Grüne und Jusos finden das gar nicht gut. Sie finden grundsätzlich alles nicht gut, was irgendwie mit Deutschland und der Geschichte und Kultur und Tradition zu tun hat. Aber besonders gegen das Tanzverbot haben sie etwas. Ein großes Problem. Schon letztes Jahr haben sie demonstriert, haben auch für dieses Jahr wieder Proteste und Demonstrationen angekündigt. Denn es kann nicht sein, dass solche altbackenen christlichen, kirchlichen Kulturen, Traditionen, dass die weiterhin gelebt werden, dass diese Verbote gelebt werden. Denn wir sind eine tolerante, vielfältige, offene Gesellschaft. Und diese Gesellschaft, unter den Grünen und den Jusos zumindest, hält gar nichts von irgendwelchen Verboten. Zuletzt hat man sich über das Genderverbot tierisch aufgeregt. Die CSU in Bayern, die neue Verbotspartei in Deutschland. Das, was man sonst immer nur den Grünen vorwirft, das lebt jetzt allem Anschein nach die CSU. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, das könnt ihr euch hier oben ansehen. Sie sagen, das Tanzverbot in diesem christlichen Feiertag gehört nicht in dieses Jahrhundert. Herrlich ironisch, nicht wahr? Wenn man bedenkt, wie emsig sich Grüne und Linke für Ramadan einsetzen, für Toleranz und Vielfalt, für Toleranz gegenüber den Muslimen in Deutschland. Die Weihnachtsmärkte werden umbenannt. Es ist Winter- oder Lichtermarkt. Die Märkte, die stattfinden, vor allem in Berlin, müssen gegen die vielfältige, bunte Religion, gegen Verfechter dieser Religion mit schweren Betonpollern geschützt werden. Das gilt übrigens nicht für die an Ramadan beleuchtete Fenloher Straße in Köln-Ehrenfeld, die direkt hinter der modernen, offenen, vielfältigen DITIB-Moschee beginnt. Bei der Umbenennung der Weihnachtsmärkte zu Winter- oder Lichtermärkten, Lichterfesten hört es aber nicht auf. Auch in die Kindertagesstätten, in die Kindergärten hat diese Rücksichtnahme auf andere Kulturen, und damit sind immer Muslime gemeint, hat das bereits Einzug genommen. Man hat sich schon häufiger, nicht nur dieses und letztes Jahr, dagegen entschieden, Weihnachtsbäume aufzustellen, eben aus Rücksicht den anderen Kulturen gegenüber, denn im Islam feiert man eben kein Weihnachten. Wir haben in Schulen viele junge, motivierte, aktivistische Lehrer, die fleißig Propaganda für den Islam betreiben. Sie klären die Kinder bei Ramadan auf, fordern eben auch von den Jüngsten eine gewisse Rücksicht. Nicht zuletzt eine Schule, wo ein Kind sich zu Hause gemeldet hat, sie sollen im Unterricht darauf verzichten zu trinken, eben auch aus Rücksicht den muslimischen Schülern gegenüber. Rücksicht, das scheint hier eine Einbahnstraße zu sein, eine Einbahnstraße, dass man deutsche Kultur und Traditionen eben aufgibt und dafür einfach andere an dieser Stelle installiert. Auf der einen Seite hört man sich an, die katholischen Religionen, das Christentum, das sei alles altbacken und aus dem letzten Jahrhundert, man solle sich an die neue Zeitrechnung gewöhnen. Auf der anderen Seite fordert man dann wiederum, dass man die Regeln des Islam befolgen soll, eine 1400, 1500 Jahre alte Religion, herrlich ironisch, nicht wahr? Im Endeffekt kann man das zusammenfassen, christliche Feiertage sollen abgeschafft werden, die muslimischen, die islamischen Feiertage, die sollen wir dann einfach dagegen austauschen. Zahlreiche Politiker, unter anderem auch unser Bundeskanzler, gratulieren, schreiben aufwendige Texte, lassen sie ins Arabische übersetzen. Für Musliminnen und Muslime unter uns beginnt in diesen Tagen der Fastenmonat Ramadan. Auch Helge Lindh, der Popstar der Sozialdemokraten. Alle überlegen sich clevere, ausgefeilte kleine Videos, Gesten, Beiträge, wie man den Muslimen in Deutschland, wie man sich erkenntlich zeigen kann, wie man ihnen Respekt zollen kann, aber bloß nicht der eigenen Bevölkerung gegenüber. Geht es vielleicht darum, dass man dort langfristig erhofft, irgendwelche Mehrheiten für zukünftige Wahlen zu gewinnen? Ich weiß es nicht, darüber lässt sich nur mutmaßen. Auch versucht man der Bevölkerung zu verkaufen, das islamistische Zeichen, so wie zum Beispiel der Tauhid-Finger, den unser spartser Lieblingsfußballer Antonio Rüdiger zuletzt zeigt in diesem Instagram-Post. Auch dafür versucht man irgendwie Mehrheiten in der Bevölkerung zu finden, versucht darauf aufmerksam zu machen, dass es ja ein ganz klassischer Teil des islamischen Gebets sei. Und dass Muslime das ja schon seit Jahrhunderten regulär mehrfach am Tag einfach so zeigen, ausüben würden. Und darüber hat sich ja bisher schließlich auch niemand aufgeregt. Dass dieser Gruß oder dieses Zeichen, unabhängig von irgendwelchen Gebetsritualen, erst Anfang der 2000er, nach dem 11. September, an dem Osama Bin Laden sehr populär wurde weltweit, dass er erst seitdem verhäuft bei Extremisten, bei Islamisten aufgetaucht ist und seitdem auch Einzug in die vermeintlich moderaten Teile des Islam, das moderate Muslime vermeintlich nach außen hinters übernehmen, das stört den Mainstream, den Tagesschau-Zuschauer in Deutschland überhaupt nicht. Grundsätzlich nehme ich wahr, dass wir eine sehr ambivalente Entwicklung haben. Wir haben die Party- und Eventszenen in Deutschland. Wir haben Freibäder, in denen zum Beispiel in Koblenz man Rücksicht nehmen soll, in denen erlaubt wurde, dass dort junge Frauen einen Burkini tragen. Auf der anderen Seite gibt es Freibäder. Dort wird verboten, dass man längere Badeshorts trägt, weil die Gefahr besteht oder weil man eben festgestellt hat, dass dabei eine Menge Wasser aus den Schwimmbecken getragen wird, was langfristig erhebliche Kosten verursacht. Wir haben Freibäder, in denen werden Frauen gebeten, also gerade Frauen, sich nicht zu freizügig zu kleiden, sich ein wenig mehr zu bedecken, wenn es um die Badekleidung geht. Dann haben wir wiederum andere Freibäder, in denen wurde jetzt festgelegt, dass man auch oben ohne dort als Frau, dass Frauen dort eben ohne Oberteil rumlaufen dürfen. Das sind übrigens alles dieselben Leute, die sowohl das eine als auch das andere unterstützen. Das sind übrigens auch dieselben, die einen Markus Ganser, einen biologischen, rechtlichen Mann, als Frau, also es irgendwie geschafft haben, dass er bei diesem Frauenlistenplatz der Grünen es in den Bundestag geschafft hat, dass er dort als Frau anerkannt wird, ein alter, weißer Mann mit Perücke, Rock und Make-up im Gesicht. Und dieselben verteidigen dann eine 1500 Jahre alte Religion, die diesen Mann in den Ländern, in denen die Religion tatsächlich vorherrscht, ich sag mal so, ihn dort eher weniger tolerieren würden. Und ich bin mir sicher, dass auch seine körperliche Unversehrtheit in diesen Ländern nicht garantiert wäre. All diese Dinge fordern Linke, Grüne hauptsächlich gleichzeitig. Wie das funktionieren kann, ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist dem einen oder anderen der Begriff der kognitiven Dissonanz geläufig. Eine weitere Erklärung fällt mir definitiv nicht ein dafür. Vor ein paar Tagen war ich in Köln unterwegs und habe die Menschen dort in der Fenloer Straße gefragt, was sie von der Ramadanbeleuchtung halten. Und dem einen oder anderen werden manche Antworten vielleicht sogar überraschen. Das Video dazu kommt morgen. Setzt euch alle fleißig für ein Tanzverbot ein. Weiter dafür ein, dass christliche Feiertage abgeschafft, beschnitten werden, dass sämtliche Traditionen und Teile der deutschen Kultur langfristig aus der Öffentlichkeit, aus dem öffentlichen Bild verschwinden. Und wir übernehmen einfach mehr aus dem modernen Islam, der modernsten, tolerantesten und vielfältigsten Religion, die diese Welt zu bieten hat. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt in Zukunft, dann solltet ihr den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren. Lasst mir gerne einen Kommentar. Was ihr davon haltet, vom Tanzverbot am Karfreitag? Sagt ihr, das ist Quatsch, völlig überflüssig, längst modernisiert, hält sich sowieso keiner dran? Oder sagt ihr, hey, es ist irgendwie doch Teil deutscher Kulturtradition am Karfreitag, dass dieses Tanzverbot weiterhin bestehen bleibt? Wir sehen uns hier im nächsten Video wieder. Bis dahin. Macht's gut. Musik 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 Musik